hey yo was geht youtube und herzlich willkommen zu einem neuen spiel für das handy und zwar pick up in fifa 17 und heute habe ich ein gast dabei und zwar den icegriff 93 servus genau und wir spielen so gesehen eher gesagt wir raten diesmal die scores von den spielern uns wird ein spieler vorgeschlagen und danach entweder so jetzt hatten wir wie viele meistens 70 ist um die 90 ungefähr meistens und dann noch müssen wir so und den dreh raten wie hoch der score sein wird und genau dann fangen wir mit dem ersten pack mal an so hallo let's go 89 nehm ich 53 ok 53 dann nehme ich ich gehe mal auf die ja ok 58 um links steht dann das score ok dann habe ich schon meinen ersten punkt so kommen wir zum zweiten horn gelb 82 82 33 33 40 so ich gehe ich auf 32 ich gehe auf 32 ich gehe auf 32 Was hattest du? 37. Scheiße. 2-1 für ihn. Ja. So, nächste. 86, gelb, schwarz. 86, gelb, schwarz. Ja. Äh. So, die Aufnahme hat gerade eben Spacken angefangen, aber wir spielen jetzt ganz normal weiter. Die letzte Zone, da habe ich jetzt gerade eben nochmal gewonnen und jetzt geht es einfach ganz normal weiter. Jüge. Niemals. 2-2 steht es. So, nächste ist 80, gelb. 80, gelb. Ich nehme 22. 22. 22, dann nehme ich 33. 22, 33, wer gewinnt. So, über 10. Ah, schade. 3-1 für Ice-Kiff. 3-2. 3-2. Bra. Rechnen sollte man schon können. Nee, ich nicht. So, 86. Weiß, gelb. Keine Ahnung. Äh, nehme ich. Ähm. 46. 46, dann gehe ich schon mal auf die 52 hoch. Und. Zieh rein, zieh rein, zieh rein. Jawoll. 3-3. Dann machen wir jetzt die entscheidende Karte. Wer jetzt gewinnt, hat gewonnen. So, 86, Dortmund-Spieler. Gelb. Äh, ich nehme 57, so, jetzt hast du es. 57, bro, dann nehme ich 53. 54. Du, 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 und. Nee, hab gewonnen. Okay, diese Runde hat jetzt Ice-Kiff gewonnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da natürlich. Ab 20 Likes werden wir noch mal so ein Video machen und dann würde ich einfach nur noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. 6-5. 6-6.